Hallo liebe Freunde, Clark mit Havis meldet sich mit einem Spiel, die es heißt, Donald Trump, na, Mr. President. Okay, wir müssen da unseren lieben Freund und Retter der Menschheit und Retter Amerikas, Donald Trump. Ja, es ist ohne karakteristisch und fiktional. Achso, okay, unser Mr. President mit die schönen blonden Haare vor Attentätern retten. Natürlich, ganz kreiertes Szenario, das konnte jetzt nie passieren, wir wollen den da schießen. Ich nicht. Nee. Weiß nicht, du? Nein, eben. Wurscht, deswegen retten wir nicht da. Ja, also los geht's, kikik. Wieso? Ich hab mal ein Casting, oder? Achso, du willst uns auf der Couch schnachzeln lassen, das kenne ich schon irgendwo aus Videos. Was? Ja, weißt du? Okay, bist du da, Präsident? Nein, ich muss ihn retten. Easy. 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 Du bist cool. Du bist cool. Jawohl, ich habe mich nicht da drin. Oh, die Garde, save's Rump. Rump. Ich hab mir gestanden, Alter. Save Rump. Das ist cool. Das ist ein der Buttons. Wow. Ich hab da gelesen, was da steht. Ehrlich. Das wird lustig. Das ist mit dem Fahrrad rücken. Ich weiß. Wie zu einer. Nein, ich hab die F2 gedruckt. Das ist der Sandrottel, Alter. Du, ich starte zu, Alter. Hoppala. Das war mein Fehler. Warte, wenn ich sage, jetzt hupfst, okay? Alter Slow Motion. Du, wenn ich sage, jetzt hupfst. Ich hab schon gestartet. Nein, aber damit das Synchronisieren nicht leichter fällt. Achso. Wenn ich sage, jetzt hupfst. Warte. Ja, warte, Alter. Okay, ich weiß nicht, wie ich hupf. Okay, ich furch jetzt. So, dann machst du einfach die Raufdrehen, okay? Eins, zwei, drei. Nein. Ich weiß. Easy. So! Warum geht's gar nicht? Zwei. Nächst, nächste. Zien! Slow Motion. Fuck! Ich hab's wieder schossen. Hahaha. Ey, das geht viel zu. Rump, Dad! Hahaha. Ja, wenn du Saisel darfst nicht. GIEWERM! Ja! Ha! Ha! Das ist schwierig. Das gefällt mir, aber wir wissen doch immer, wie es blöd hinterher spritzt. Nein! Oh, da schaut nur Schmerzen aus der Schuss. Der verliert die Haare. Da schaut nur Schmerzen aus der Schuss. Alter, die scheiß Sessel. Nein! Ist nicht wieder schwarzen zu Wort. Alter, das ist so schwer. Ja! Ja, Rennerbruch mal hinterher, oder? Hau den Schuss rein! Wow! Zier Hand hat er trotzdem! Nein! Der war nice, Alter! Hauptsache ist, es kommt kein zweiter Schuss mehr, oder? Catch the bullet! Pff! Du bist total Deckel, ey! Du musst weiter führig, also du bist nicht. Ah! Hahaha! Ah! Der war knapp, Alter! Der war knapp! Das war's. Das war's. Ah! Nein, du musst ein bisschen mehr nach links, sonst erwischst du die Hunde. Ah! Ah! Ich hab' keinen Lumpen! Ich hab' keinen Lumpen! Oh! Nice war! Was? Du hast mich jetzt gerade den Schuss abgewehrt mit der Hand in meiner Neonatrix-Teilung. Meiner Brustmuskulatur. Liberal Media Strikes again! Das bricht ja wohl. Du hast mir voll immer dabei geblieben. Das war gut. Fällt das ein bisschen komisch, dass ich den Trump retten wüsste? Nein, was ist denn da komisch, oder? Wir haben ja auch einen Präsident. Wieso willst du denn das retten? Das wär alles da halt. Ach so, das haben wir gerade gemacht. Wahrscheinlich. Ja, also muss ich da herblieben. Das hast du sehr gut gemacht. Self-funded, please. Das ist wahrscheinlich irgendwo anders auf einer anderen Fund-Stattung. What the fuck? Ah, fuck! Was ist da gerade? Work of socialist dealers. Ah, shit! Socialist-Money-Stealers. Herrlich. Ah, du musst jetzt ein Schlösser. Du kannst dich gar nicht wirklich übernehmen. So ist aber zu langsam. Das bin schon, oder? Der steht da hinten ein Haufen, gell? Easy! Easy, safe! Oh! Das war knapp. Ja. Innocent Pile of Money. Das ist schön. Du hast es vergessen, bis er wurscht. Ja, ein Trigger. Du hast gerne Duschen und er fliebt. Ich brauche was, ey. Du bist der beste Bodyguard. Nicht ob ich hupfen, das macht er nicht. Nein, wenn keiner nachgehe. Sicher. Das ist der... Es ist der... Steh ab jetzt! Der erste Vollzeit. I've got work to do. Fuck, das ist tricky. Ja, aber schau an, der fällt. Der kann einfach die Stirn... What? Der kann einfach die Stirn nicht gehen. Er ist so bitter. Schön Spaß bei dem Tipp. Tschau ihn an! Was? Mach einmal deine netten Abihupfer, die Stirn. Ja, ich kann nicht... Mach... Nein, nicht Abihupfer. Nein, nicht so. Was für Abihupfer? Die Grau. Der hat sich nur ins Schuss gefüllt. Mach's. Schau, du schaffst gerne mal die ganzen Scheiße. Das machst du jetzt gleich in Ruhe. Ja, aber... Nur mal, hopp! Ja, aber das geht nicht. Das geht nicht. Dann musst du jetzt wieder aufstehen. Dann hau sie wieder auf die Grundschluss. Vielleicht gibt es einen Rückweg. Mit der Abihupfer. Der ist auch schon schweißen, dass ich mal wieder aufstehen glaube ich gerade. Okay. Okay, der Stirn funktioniert. Ja, aber wie soll ich das gleich machen, leider? Viel Spaß bei dem Tipp dazu. Jetzt... Ja, oder? Jaaaa! Jaaaa! Mehr Glück als Verstand war das gerade. Mehr Glück als Verstand war das gerade. Der hat voll schnell geschossen. Warum machst du das nochmal? Nein, shit. Ich hab auf Erdruck. Du bist ein Trottel. Jaaa! Jaaa! Jaaaa! Jaaa! Ich weiß nicht! Ja, ist das aber ein Belegg mit dem Spiel. Doch! Retry! Jaa! Jaaa! Jaaa! Jaaaa! Jaaa! 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 Das war ja was sich verändert. Steh auf jetzt! Bitte steh auf! Komm schon! Auffliegt, so an die Versprungkraft! Sollte er zu Olympia fahren und nicht Badegaard sein. Ich muss nur warten, dass er aufsteht. Er steht so langsam an! Oh nein, da hat er wieder... Donald Rumsfeld! Wie hast du denn das zuerst gemacht? Ich weiß es nicht! Er hat ihn jetzt reingeschlagen! Komm schon, steh auf Junge! Du musst den Haar reingeschlagen! Na! Schaut einmal an, bitte! Weil der springt! Der versprungen gehabt hat! Er ruft mich über die halbe Bühne! Jawohl! Steh auf jetzt bitte! Ah, jetzt wird ein Heder! Jetzt duscht es gleich wieder! Wie du mich frustrierst! Das werden wir nie wieder schaffen! Das müssen wir nicht gut gestiegen! Kein Problem! Die Stürgel ist so schwer, Alter! Das ist wirklich... Ja, genau so! So hast du zuerst gemacht, Alter! Na, warte! Steh auf jetzt! Ja! Ja! Das war knapp! Hast du gern! What the fuck, diese Bomben! Hoppala! Das war... Hahahaha! Hahahaha! Feld Casino, Alter! Und jetzt kriegt die beiden die Bomben ab, oder was? Hahahaha! Muss ich vielleicht die Bomben abkicken? Das kann sein! So jetzt... Hahahaha! Kann ich auch kicken! Du hast nur... Wie ein SD, oder? Ja, und leck im Ausdassen! Für den Schuss und... ...rechte für Slow-Long! Das hat schon funktioniert! Das ist ein Unflug! Promise is my coach! Ja! Seine! Ehrer, Hans, Ehrer! Fakt, das ist echt... Crouch! Oh! Na! Nein, Unflug! Hahahaha! Unsprung! Boah! Das ist kein Service von der Wohlen! Naa! Die Stürme ist wieder da! Oh, Geld! Und so viel Geld, da kommst du nicht mehr auf! Hahahaha! Hahahaha! Jetzt bin ich dir auf! Wie die Ohren purzeln mit dem ganzen Drecks Glück! Gieeeeeeeeeeeeee! Oh! Oh! So ein Glück gehabt! Ehh! Hahahaha! Du Gehr! Wie sieht das schon wieder aus? Nein, du hängst vor der Cash Da war jetzt wirklich immer Geld dabei, gell? Mhm Was war das jetzt? Also beim dritten? Das dritte jetzt Ja sicher! Ja sicher! Da kommst du nicht mehr aus Ja sicher! Willst du mich verbrechen? Du musst rüberspringen Nein Ja, du rennst gleich von raus Da steh ich nicht mehr auf Der kann doch nicht drüber springen Dann reißt du vor die Haken Dann soll das vorbeirenen Ah Nein Nein Auf, auf Wir haben den Kasten reißt doch mal zuhause Ah In die Südstadt bringen Ah ja Das wird nur lustig werden Ah Scheiß Fassl Ah Wie er mit der Hand hängen bleibt und sich gleich umschmeißen muss Ah So knapp Das ist so schwer Die Losssachen, die ich nicht spülen Ah Nein, der würde sagen gar nicht so tun sich wieder mit mir Ja, der wird bei ihm fast am ersten auch rein Und jetzt Puter Wuhu Das wird klar Ja Das ist ein Ramp Ich spüle halt Nein Ich glaube Ich bin ein Füge, wie du es jetzt verschissen Ich bin ein Füge Das ist ein Füge WTF Das ist glaube ich mit ihm der Wisch What Aufhüpfen Nein mit ihm oder was du das machst? Ah natürlich Auch nicht Ja mit ihm, mach ich das Ja Was ist denn eigentlich Jetzt hast du noch mal geschmissen Ich bin ein Füge Ich bin ein Füge Es war ein Füge Ja Das war ein Füge Ja Das war ein Füge Ich habe mich jetzt eine gescheiter Liste Das war ein Füge Ja das war ein Füge Das war ein Füge Das war wahrscheinlich sein Turm-Eilene Ja okay Ich glaube ich nicht sein Turm-Eilene Er ist auch eine Brücke Der Turm ist auch zu fallen Aber ich bin nicht immer gegen Turm-Krymz Nein, dem hat es business NAAH! 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 Das ist ein riesen Tacho. Das ist der Wischgenlust. Scheiß Morgon, Güller! NAAH! Yes! No! NAAH! Ja! Sorry! NAAH! Ich glaube es geht nicht aus! Sorry! Das ist ja der Rehmann! Schwarm Sand! NAAH! Das war der Kuh! Sorry! NAAH! Stirb, stirb, stirb! Weg mit dir! NAAH! 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 Was ist denn mit dir? NAAH! SAAH! Du fügt mich rein! Ich glaube das kommt zu Haus gehen. Nein, das kreht sich nicht raus. Der blickt wieder drauf. NAAH! Ich glaube das ist die schießen. Sie sind immer auf den Punkt, wo er dann steckt. Ja, wo er aufsteht. Also hau dir die Tage runter! Ja, ey, das geht runter! AUNA! 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 Die Wohne ist echt schwierig zu trinken! Wenn ihr immer gleich Restart, das ist viel lustig! Ja, sonst geht es nicht raus! SAAH! SAAH! AUNA! AUNA! Er seh! Ich flucht! Jetzt schmiert es so dumm! Wie ist die immer in den Punkt? Jetzt... BOOOOOOOM! Der da! Der da! Der da! Der da! DREH! Ich habe wieder scheren! AUN! Er macht was wehren! Du fliegst schön, oder? Was war jetzt der dritte? Aber du schmiert den da! Wie scheiße ist das schlecht? Der fliegt ja immer irgendwie besser. Ja, vielleicht wird das viel besser entschieden! Vielleicht muss ich... Jetzt war ich schon wieder! Du wirst schon wieder vergessen! So, Trumpet Boy! Okay! Vielleicht noch nicht! Ja, aber... Schauen wir uns die... Da irgendwo hin, da fliegt sie los! Ich glaube, ich muss warten! Da schau! Ja, ich glaube, dass du warten musst! Gute Fake Compilation hat das wert! Ja! Jetzt zeig mal! Am Haxen, Alter! Ja! Das war hinten ab! Das hört doch nicht aus! So, fuck you jetzt! Mein Leben ist so schwer! Ja! Scheiße! Das ist halt ein Witz! Mach mal! Der war auch cute! Ja! Wenn da jetzt nur einer kommt! Da kommt nur einer! Na? Kommt gar nicht! So ehrlich! Schülle! 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 30 Mal! LINE News! Habst du das schon mal gelesen? Hm? Wo unten? Wo unten? Links ist geschlackt LINE News! Nein! Nein! Nein, das ist alles... Oh, ja! Du kannst doch nicht! Rein unten! Das geht nicht! Du kannst auf dem Sound dran! Du bist jetzt kupft! Ja, aber du gehst da drüber! Schön! Weil dann bricht das in Haxen! Wo ist er denn? Ja, das habe ich gerade probiert! So brichst du mir einen Haxen. Du schau, du hast einen leichten Sprung, wenn du jetzt zu vieren rennst und runter. Rein retourn. Warum sind die Oberrena? Da oben ist nebenbei ein Aufstieg. Ja, aber das kann ich schon probieren. Du brauchst nicht. Doch, schau! Außerdem, ich stehe da im Soundjahr nicht mehr auf. Das ist auch schade. Ich glaube, du musst irgendwie hegeln. Ich kann nicht hegeln. Das ist schon probiert. Das geht aus. Vielleicht muss ich einfach... Aber was ist mit deinem Flickflack? Ja, aber da hast du es auf die Guschen. Du hast wirklich fast keine Zeit. Flickflack. Tschack! Ja, aber Flickflack hat es auf die Guschen. Noch? Da hat es auf die Guschen. Der war am Ostern? Ja, weil er das macht! Ja, Pastel, schau, wie du da viele fliegst auf die Guschen. Ja, aber dann schau. Steig da her. Du musst mal schauen, dass du auf der Bühne landst. Ha! Ich habe mich eingeschädelt. Ja, aber schau, das funktioniert nicht. Das war ja gut, dass du so weit vierig kam. Das schaffst du. Sooo! War es gegangen! Jetzt ist das Beste drin. Der Hupfen kam eigentlich schon nicht mehr. Alter, das ist... Alter! Ha! Du kriegst die Krise! Hettwerk! Das hilft nichts. Du bist fast auf der Bühne gegangen. Ja, aber... Ja, genau! Du brauchst ein bisschen einen Aufregen vom Fassel. Dann kommst du gleich gleich am Hupfen zusammen. Ja! Ah, fast! Ich glaube nicht, dass das fast so ist. Ich glaube schon. Ey, man muss doch über die Huren scharfe drüber sprengen können. Was ist denn das für ein Scheißer? Doch behupfen! Das geht nicht. Ja, fast! Ja, 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 na! Komm schon, komm schon. Ja, jetzt ist es gut. Flugflug! Flugflug! Ah, fuck! Alter, das geht nicht! Ah, 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 ah! Ja, aber... Aber das war ja gleich, weil es gut drauf war. Steh auf jetzt! Nicht dein scheiß Ernst! Boom! Das gibt's alle! Ich krieg keine Krise. Das ist frustrierend, der Mittagsfonds. Ja! Was sagst du? Oha! Jetzt bist du auf den Fasen gekommen. Ja, weil es ist nur noch drüber gequetscht. Ich wette, ich habe irgendeine Funktion noch nicht raus. Wahrscheinlich! Aber es ist ja nichts gestanden, oder so? Ich habe immer alle möglichen Tasten, die du nicht vermieden hast. Was bist du gefragt? Siehst du das? Alter, fuck! Ich brauche keine Posen! Wie geil ist denn das? Check it! Nur geil! Vielleicht hilft dir das, was irgendeine Fassel macht Post! Dieser Rump geht mir am Sack! Den hat der Haarspilz immer! What the fuck? Was war jetzt für Leifek? Ich weiß es nicht! Siehst du jetzt? Leifek, warum? Komische Physik! Hörer wie der ist nie! Oh nein, ich weiß es nicht! Ja! Komm schon! Channel your inner Superhero! Es muss das echt viel scheurer Krebson sein, dass der da nicht mehr ausstehen kann! Glaubt ihr euch, dass ich keine Blüten stehe? Ja! Fäbelers! Warum plockt mich der?! Aber es gibt keine Steirung oder sowas! Das ist... Ich weiß es nicht! Schauen die Fassel nachher! Alles wo ihr! Siehst du denn das? Spiderman! Kackst du halt immer so über die Fassel! Das geht nicht klar! Hahahaha! Alter! Der hat halt nur Moves drauf! Schau jetzt ab! What?! Aha! Das funktioniert ja auch! Er hat noch oft eine Backflip, Alter! Er hat oft eine Backflip, Alter! Er hat das am Anfang gesagt, immer irgendwie auch voll aus! Ah? Das ist ein guter Ausstrahl. Schau, da war die Fels wieder so hin. Das bringt dir alles nichts. Ja, von wegen, du hast alle Tassen probiert. NET! Der scheiß Ernst! Du musst nicht alle Tassen probieren. Aber das funktioniert noch. Nur zu früh raufhangen. NET! Hörst du schon beim Fasten! Das geht sich auch nicht aus. Hörst du noch zu früh. Ja, aber da haut der Mars in den Fasten drüber. Er braucht ja keinen Strom, deswegen. Hast du gesehen? Was war das? Scheiß. Wo hast du nicht alles ausprobiert? Weil ich alles probiert, was irgendwie möglich ist. Scheiß gar nicht. Ja, das ist... Da ist er! Was ist das jetzt für Tassen? Nix. Was? Ja, hab ich noch mal. Hahahaha! Salutierst du für den Fasten! Hahahaha! Wider! Hahahaha! Wider! Hahahaha! Wider! Das ist, das ist so erbärmlich! Ich geh auch nicht mehr! Ich geh auch nicht mehr! Du machst halt ein bisschen waschen, aber... Du hast jetzt keinen Stress! Bestimmt! Das ist wirklich einfach nur wie schön, dass sie uns fast drüber haben. Du! Du! Es ist ein Scheiße! Jetzt geh sie aus! Ja, aber der Nächste geh sie nicht aus! Scheiße! Ich muss dich jetzt einmal treffen! Der wird jetzt schwimmen! Der Brust schwimmen! Ich will nicht schreien, ob es du willst! Das hat ein Tier dabei! Warum sagt man das gar nicht, was es da für Steuerungselemente gibt? Es stellt wahrscheinlich keine Optionen! Es gibt keine Optionen! Das ist so furchtbar schwarz im Timing! Fünft Sport! Was war das jetzt? Der ist schon endlich aus, dass ich mir guckt habe! Superman! Schau, der kann doch schon rein auf den Hut sehen! Der wird ja gut für die Bibel sein! Wenn ich mich einfach auf die Bühne klitscht, dann... ...reiß ich mir auf das scheiß Kupier oben, Alter! Wenn ich mich einfach auf die Bühne klitscht, ...reiß ich mir auf das scheiß Kupier oben, Alter! ...ein Scheiß! ...ein Scheiß! ...ein Scheiß! ...ein Scheiß! ...ein Scheiß! Hör! ...ein Scheiß! Das ist ja Fassel! Das geht nicht! Das ist wahrscheinlich so scheiße einfach! Willst du mich auch ausprobieren? Ja! Wir können jeder sagen. Das finde ich auch schlecht. Was war das? Oh boy! Was ist das? Was ist das? Wir müssen nur mit in den Kontrolle. Nicht drumher, das macht nichts zu wasten. Das ist der Weg. Oh, jetzt geht es jetzt! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Dra, dra, dra! Verst du mich! Das Spiel macht mich fertig. Das ist nicht gut für meine Nerven. Aber jetzt weißt du, dass es nicht funktioniert. So nicht. Das Großteil ist wieder vier Meter auf die Länge. Ich schaffe niemals mehr, was ich wieder hinbekomme. Weißt du? Na? Ich würde über das glauben, dass ich auch ein Schiff bringen würde. Das ist jetzt auch ein anderes Problem. Ja, warum bist du da noch ausgehaugt? Letztes Mal wieder bei mir geredet. Wie ein Off schaut das aus, Alter. Renn, Alter, renn! Stuschen! Gratuliere, das hast du verdient. Dass jetzt mal nachgeschossen hätten, hätten wir auch bei uns verloren. Dann haben wir auch ein Schiff von. Fuck, jonge! Boah!